Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play und das ist ETS 2 Euro Drag Simulator das habe ich schon öfter gespielt und also ich habe viel das Spiel schon gespielt und dachte mir ich fange jetzt auch mit dem Let's Play an von dem ich ein Spiel und ja wir starten in München weil ich wohne in der Nähe von München Möchtest du das zu toll durchgehen? Ich mach mal nein weil ich jetzt eigentlich alles weiß Mir ist gerade was aufgefallen ich muss noch was danach ändern Das ist nur Gerede Ah ne ok der hat es nicht übernommen Schade Schade dass es nicht übernommen hat Muss ich eh gleich nochmal Oh Gott ist das so ungerund mit dem Tastatur zu fahren Ja ähm Komm schon Sooo Ich werde jetzt schnell was umstellen Schnell was schnell umstellen Schnell was schnell umstellen Gut Deutsch Ähm Ja Wir sehen uns gleich wieder So Ich habe jetzt meine Einstellung gemacht Habe nochmal die Grafie ein bisschen runter gedreht Weil Sonst hätte ich keine 60 Hilfers Sonst hätte ich keine 60 Hilfers Und sonst ein bisschen weniger Cool So Mir ist gerade was aufgefallen Es stimmt da nur noch nicht was Ähhhhhhhhh Das da Jetzt passt's Ok Dann passt das jetzt alles Dann können wir weiter fahren Und endlich mal die erste Ladung zum Ziel bringen Jetzt kann schon was ausfallen weil der Ton vom Spiel ist extrem leitet worden Ist hier wieder professionell Pur Oh Ui Hat niemand gesehen Ich hoffe man hört das Rauschen nicht im Hintergrund Ich wo Ähm Rauschen nicht im Hintergrund Weil ich die Klimaanlage im Hintergrund an Und dann hab Ähm Ähm Also jetzt hätte ich auch noch schnell Die Sachen machen können Tonlaut drüben Jetzt sind wir noch recht leise Was ist denn das ist jetzt extrem leise plötzlich Naja Ja Parken wir den mal schnell ein So Yippie Einparken Danke So Die erste Ladung fertig Ich Hier mit auf die Garage in München Ups Schul Gnaz Yippie Ähm Stimmt das müssen wir schnell Ich weiß nicht Ich weiß es nicht wie lange habe ich jetzt schon verblämpert 6 minuten Ja Mit der anderen Zeit runter geredet Ja ein bisschen weniger Ähm München Salzburg Wie gehen wir alle nach Nürnberg 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 Zahlesburg Nürnberg 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 Waren wir nach Österreich oder Nümmmmmmmm Waren wir in Deutschland Guck, wir fahren nach Österreich. Oh Gott. Ist ja jetzt anders. Habe ich dann, sorry für die ganzen Einschauen was ich immer. Aber... Ähm. Ähm, 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 woanders? Das ist nun mal. Schön, die Hützbegrenzung könnte ich auch was tun. Da. Weil wenn man Gas gibt beim richtigen Eis, dann fährt er auch nicht plötzlich los, ohne dass man den Motor anmachen muss. Also, man muss ja vorher den Motor anmachen bevor man los macht, fährt. Und, naja. Dann... So. Kommt noch ein Boss und dann können wir weiterfahren. Geradeaus auf die Autobahn. Jetzt werde ich fragen, wie viel PS das Ding hat. Ups, ich habe einen Blick an den Rangen hat. Fängt ja schon mal gut an. Ich hoffe das passt jetzt alles so wie es eingestellt ist. Sonst wird's lustig. So, ich weiß gar nicht in welche Richtung ich fahre. Gepi. 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 Gar nicht den Schritt gelesen. Ich habe Post. Okay. Bestimmt von irgendeiner Firma. Die, wo mich einstellen will. Nach Nürnberg, Salzburg und Sätze habe ich gerade nicht mehr. Ich bin gerade weg. Weil ich gerade nicht mehr lesen kann. Stimmt diesmal muss ich jetzt aufpassen. Drei Stunden, oh Gott. Leipzig, Rack und Nürnberg. Aber Richtung Salzburg nehme ich. Und Innsbruck ist auch in der Nähe. So. Oh, ich war ja schon ganz schön schnell. Das ist auf 85. Reisegeschwindigkeit. Ich finde die Wegkunden nicht schön. So ein richtiger Kasten. So. Muss ich jetzt noch irgendwo abfahren? Vielleicht muss ich in die Mittelspur. Weil da geht eine Landstraße Richtung Prag. Und Richtung Prag müssen wir nicht. Nur 11 Tonnen an der Ecke tut sich so schwer. Hm. Okay. Ich weiß noch nicht ob ich das jetzt die ganze Frage in zwei Sachen teile. Oder ob ich nur dann eine Pause mache oder so. Also ich werde dann irgendwann glaube ich das in zwei Sachen teilen. Und mal 20 Minuten. Und dann passt das auch hoffentlich mit der Länge. Weil ich habe die Aufnahme vorher nicht gestoppt. Wo ich die ganzen Sachen eingestellt habe und so. Das ist aber extrem leise finde ich. Ist aber extrem leise finde ich. Ja. Naja. Jetzt ist es immer noch ein bisschen zu laut wieder. Ist ja wieder typisch. Brennt neue Scania LKWs eingetroffen. Brauche ich aber jetzt noch nicht. Ich werde noch ein bisschen drunter schalten. Ich muss ja nicht die ganze Zeit mit 2000 Umdrehungen fahren. Tut der Motor auch nicht gut. Ich hoffe man hört die Klimaanlage im Untergrund nicht zu laut. Die ist jetzt nicht das leiseste Modell. Und die ist auch nicht mehr die jüngste. Schluss runter. Innsbruck und Salzburg. Ne. Hä? Wo muss ich jetzt nochmal hin? Salzburg Steinbruch. Ach so. Ich hätte gedacht ich muss nach Salzburg. Oder ist das in der Nähe von. Salzburg. Ah so. Also lag ich doch nicht so richtig falsch. Steinbruch finde ich immer das coolste in dem. Euer Truck. Kann der abliegen oder? Gerade noch so geschafft. Gerade noch so geschafft. Jetzt sind wir jetzt eigentlich schon in Österreich eigentlich. Jetzt glaube ich Österreich schon. Oh ne ich muss Landstraße fahren. Hier Piedero freue ich mich wirklich extrem. Überhaupt nicht. Extrem überhaupt nicht. So Leute. Cool Standbild. Okay läuft auch wieder. Das ist richtig guter Stück gelaufen. Ich habe irgendwie geschafft das. Kurz die Aufnahme unterbrochen würde. Fragt mich nicht wie ich das geschafft habe. Also Bildaufnahme. Mein Ton war da noch da. Ich hoffe dass das jetzt alles mit der Stimme und dem Spiel zusammenpasst. Weil... Jetzt habe ich das vielleicht ein Problem wie gestern. Kommt da irgendwo eine Tankstelle? Nö. Okay wir fahren jetzt bis das Ding noch fertig. Und dann schaue ich was ich da mit dem ganzen Schnipsel gemacht habe. Ich hoffe ich bekomme das überhaupt noch alles rein. Irgendwie. Ich hoffe dass es nicht asynchron wird. Ich hoffe dass es nicht asynchron wird. Das wird ein Spaß. Na ja. Sind ja nur noch 80 Kilometer und das ist eigentlich einfach nicht viel. Sind ja nur paar... Meter. Bis. Bis. Bis jetzt schon zu keiner richtigen Straße mehr. Naja es ist so halbwegs eine Straße. Nicht mehr die beste. So. So. Ich würde mal lieber runter schreien. Statt hoch. Berg auf. Oh Gott. Jetzt ist jetzt ein Tunnel. Äh. Ich gebe es auch noch berg auf. Bitte nicht. Schaut irgendwie so aus als das Berg da aufgeht. Das ist gleich. Wenn ja hasse ich dieses Spiel. Nö es bleibt auch der Berg da. Geht sogar ein bisschen berg auf. Bin ich froh. Dass das nicht berg auf geht. Weil mit dem Lkw. Wird das Spaß. Wird das wirklich Spaß. So. Wider wieder. Wider. Wider. Wohlverbot. Sprechen muss echt gelernt sein. Wohlverbot. 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 da sieht man schon das ziel auf der karte oh gott jetzt sind das für kurven wieder aber wohl kaputt ist zu Ende ich will gar nicht wissen ob der überhaupt 25 Tonnen ziehen kann also wie es aussieht eher nicht weil es tut hier schon schwer wenn es leicht bergauf geht gerade aus einer Salzböcke mit dem Steinbruch und den Steinbruch müssen wir ja so so ich hoffe dass ich äh compile unten an den Steinbruch so 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 ab da nach unten ab nach unten ab nach unten so 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 okay okay das war der erste fahrt damit auch das erste Video also der erste Part so 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 okay danke fürs zu sehen wenn es euch gefallen hat was was das nächste nächste Woche so 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 so